Erlebt mit mir gleich jetzt und hier, was das Leben uns gerade geht. Lass die Sonne wieder scheinen, in deinem Herzen rennt. Heute waren sie mal bei Stefan Ross. Immer wieder sonntags und immer wieder samstags und diesmal hoffentlich nicht im Regen am 3. August zum Open Air der Schürzenjäger in Finkelberg. Lass die Sonne wieder scheinen. Und wir sind dabei, natürlich in Finkelberg am 3. August. Die Püppi und ich. Und wenn's mit Sommer in dir, lass die Sonne wieder scheinen. 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 Ja!